Morgen! Guten Morgen! Willkommen in einem neuen Vlog von mir auf meinem Kanal. Danke, dass du hier jetzt da bist und dass du dir diesen Vlog anschaust. Mein Vlog wird heute ein bisschen länger sein, also bleibt mal zu Ende. Und wir fangen jetzt einfach an. Ich mach mir erstmal was zu essen, weil ich hab so irgendwie... Hey Leute, ich sitze jetzt ein bisschen an meinem Laptop. Muss ich irgendwas machen hier und ich melde mich dann bei euch, wenn ich fertig bin, ja? Ich bin fertig mit den Dingen, die ich auf meinem Laptop machen sollte oder wollte. Jo, ich mach mir jetzt was zu essen. Nehm ich euch mit, ja. Meine Freundin ist wieder bei mir. Hier ist meine Freundin. Und ja, sie wird meine Augenbrauen züpfen. Ich mag das irgendwie nicht, weil das tut ein bisschen weh. Ja, aber sie macht das immer gerne für mich. Ich mag von euch Mandarinen-Saft. Bitte in die Kommentare schreiben. Wird eh keiner schreiben, aber egal. Ja. Ja, ich sag immer, schreib mal was in die Kommentare. Und dann schreibt doch keiner, Schatz. Ja, das ist gut. Sag mal, die sind was zu schreiben. Ne. Hm? Schau dir dich? Doch, aber nein. Egal Leute, schreib mal was rein, ja? Hauptsache Punkt oder so. Leute, drückt ihr bitte mir die Daumen. Meine Freundin wird mir jetzt die Augenbrauen zupfen. Die sehen jetzt so aus. Und dann schauen wir mal gleich, wie es aussieht. Hier sehen meine Augenbrauen übrigens jetzt so aus. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Scheiße. Ja, sieht so aus. Zufrieden. Ich bin zufrieden, super zufrieden. Hallo meine Lieben und meine Freunde, die jetzt hier zuschauen, weil hier mehrere Kollegen schauen. Tschau. So. Ich mach jetzt. Ja Leute, wir sehen jetzt hier. Da wo Schafe. Ziege sehe ich hier nicht, ne? Geilten Ziegen, oder Schatz? Ja. Hier ein Esel. Hier ein Schaf. Schafe. Die Dinger, die spucken. Ja, ich weiß nicht genau. Und hier? Ein Pferd, oder was ist denn da? Ich weiß nicht, Schatz. Ich weiß nicht, ich weiß nicht auch nicht. Ja, ich weiß nicht, denn wir können hier mal zurück. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr... Wie geht's mein Kollege? Leute das Känguru einfach in weiß hat sich versteckt können wir nicht sehen und das Känguru hier ist Känguru in braun und hier Känguru hier in weiß Ach du bist kurzer Update Leute von heute ich und meine Freundin wir haben uns Pizza heute noch bestellt hier ist Kabel sorry aber mein Handy ist am Laden sonst geht der aus und hier ist Pizza und danke dass ihr den Vlog zu Ende geschaut habt und bis dann